ich bin ein fieses schwein ja ja jetzt wo ich dich erschossen habe ja immer wenn du meine idee kommt es ist da los aber warum kannst du die grafikkarte wahrscheinlich erst mal laden es war doch jetzt also jetzt hast du es dir hallo du hast zwei punkte ich habe einen ja hast du es dir verdient was jetzt auf dich zukommt das selber zuzuschreiben ein leichtes spiel weil ich Poppes gefressen habe weil du vollgesicht an der Ecke gestanden hast ich habe mich gewundert was das von euch war verschluckt dich nicht das ist so asozial das zeug was denn die zwei waffen kannst du auch ausrüsten guck mal da steht ich hab meinen tomahawk in den baum geworfen ich kann das zum glück wieder aufheben wenn ich dann in den Schuss Alter was ist das denn für ne scheiß Waffe damit kann es ja gar nicht zielen nein ich wollte meinen Tomahawk gerade werfen welche Waffen hast du meine ja ich hab deine damit kann man ja gar nicht zielen immer ich das ding an die Latte du springst zwar leute schnell um aber hallo hier wird nicht mit Shotguns geschossen natürlich hier wird alles geschossen die Shotguns würde ich aber auch nicht so hammer dass du da teilweise zweimal treffen musst hallo kannst bitte aufhören hallo man verpässt dich mit der Lungenwaffe das kann mhm mhm setze Suchermine ein aah Mist da hängt er am Draht ich wollte auch gegrillt alter hat's dich umgebracht ne 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 hat sich so gehört und wollte mich ey das ding ist deine Waffe die du hast ja deine normale nicht deine Pumpe sondern deine ganz normale die finde ich viel besser auf Nahkampf oder auf Nahentfernung als deine behinderte Pumpe kannst du jetzt mal aufhören Ne, reicht's mehr. Sowas von Hotient ey. Na, das fehlen, ne? Ah! Hey, ich hab doch eh gedrückt! Das Teil ist so scheiße! Kann sich dieser Dreck mal verpissen? Hey, ich hab kein Turmahawk mehr. Ach so, ja. Ich hab ja auch ne andere. Ach so. Das kann gar nicht sein. Ich weiß nicht, ich bin durch den Rauch durchgelaufen, Alter. Hm, wirst du nicht. Hm, wirst du nicht. Renten asozial. Kleine und asozial. Was denn, du kommst ja gar nicht. Doch. Ich dachte, jetzt krieg ich's. Du kriegst das ja auch, das war mal grad bei dir reinkommen. Nö. Das hast du angehört. Heißt, soll sich verpissen! So ne kacke, Mann! Wie lang? In der gleichen perfekten Stelle, Mann! Junge, schieß da drauf! Das geht aber nicht kaputt, oder was? Geht die kacke kaputt, oder nicht? Nein, tot! Okay, jetzt hab ich ne andere Waffe. So, jetzt bleib ich hier stehen, damit du auf der anderen Seite das Wohnens wirst du. Und ganz miesen. Auf der anderen Seite bin ich, kann man nicht leichter besingen. Hä? Ich dachte, du wählst noch ne Waffe aus! Hä? Ich hab hier angelaufen kommen, dann wähl ich doch keine Waffe mehr aus, Alter! Was erzählst denn du für Scheiße? Das geht schon! Rauch geht raus! Fuck, Mann! Ich stand so kurz vor dir, und da bringt er mich um, alles klar! Ach, der Sinn, Alter! Allah! Oh! Was für ne andere Waffe? Da glaub ich ne andere Waffe. Fakt ab, na! Ups! Ah, dein behindertes Grundteil kommt nicht Treppen hoch! Deine dumme Scheiße kommt keine Treppen hoch! Hahaha! Voll überlistet! Mann, mein dummes Wurf! Beil! Beil! Au! Keine Waffen mehr von mir! Doch! Ich töte dich einfach und dann nehme ich sie dir weg! Äh! Wie funktioniert denn dieses behinderte Beil hier? Komisch! Kriegt wie ihr Schwein! Schade! Warum liegen hier 5 solche Munition-Packs? Was ist das? Keine Ahnung! Hier liegen 5 solche Munitions-Kacke rum! Äh! Das kann nicht sein! Das kann gar nicht sein! Das kann nicht sein! Hä? Hör genau! Fang an! Früher auf dich zu schießen als du auf mich! Banner dir übelst in den Kopf! Ja, stirbt! Ich mach's! Übelst in den Kopf, Alter! Übelst in den Kopf! Oh nein! Au! Jetzt sollte ich die Scheiße verpissen hier! Übelst in den Kopf! Keiner trifft! Keiner trifft! Das hat aber wirklich niemand getroffen, ne? Ah, da liegt mein Tomahawk! Au! Hä? Die Becken! Nein! Da, wenn ich mich hinlege, sieht er mich nicht! Dein fetten Arsch, Alter! Wie er hochgeploppt ist, wo ich gestorben bin, hast du's gesehen? Wo bist'n du? Ich suche deinen hässlichen Arsch! Hab ihn versteckt? Hab ihn gefunden! Nee, hast du nicht! Ja doch, ich hab ihn gerade runtergeschossen! Noch mal! Du bist ne Marder! Tote Marder bist du! Hehehehe! Komm mir da doch was raus! Uh! Das war... Ah, dein blöder Scheiß hier! Oh, Mist! Beides kaputt gemacht dich! Oh, dein dummes Zeug da! Aus Gleichstand schon wieder so'n Scheiß! Nein! Hehehehe! Schreit einfach rein! Ohne Grund! Au! Rauch geht raus, Mann! Seh dich in meinem Behinderter-Lebel, ne? Wie bist du denn den Laufweg ab? Hä? Meine Kamera ist hier nicht reingesprungen! Das kann überhaupt nicht sein! Meine Kamera ist einfach weitergelaufen! Geil! Ohne dich, Alter! Das ist behindert! Einfach bekloppt da! Haben bekloppt geschossen! Hehehehe! Ich versteh nicht, wieso liegen hier so 30 Munitionspacks? Ich versteh das nicht, was ist das? Warum? Ich seh überhaupt keins! Warum tun die das? Was? 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 Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ich hab mich geheilt, wenigstens ordentlich! Das kann nicht! Eins müssten wir noch haben! Oh! Oh! Steht da ja! Hallo! Ja! Hab grad was geguckt! Wieso sprung ich da, wenn du da stehst? Es macht doch keinen Sinn, Alter! Jetzt verreckst du mal! Dankeschön! Mein Gott! Verreckt der auch eigentlich mal! Steckt! Und da kommt doch deine behinderte Drohne nicht hin, oder was ist es? Kommst nur du hin! Nämlich findest! Eicht! Du hast es mich gesehen gehabt! Habe ich auch! Und ich hab dich in dem gleichen Moment auch gesehen! Und deshalb dachte ich mir, das geht das nicht! Und dann stell ich ihn ab! Scheiße! So! Hä? Er ist weg! Und auf einmal kommt er von der Seite angespannt! Pfff! Das ist meiner! So, da hast du's! Ne, dieses Thron-Teil macht überhaupt keinen Sinn! Es hat explodiert, nachdem es mich geschockt hat! Das macht halt so null Sinn! Ha! Ha! Behinderter Rauchgranate noch nicht machen! Hä? Ich hab die benutzt, aber ich hab sie nicht geworfen! Ich hatte sie sogar in der Hand! Eigentlich ist das unlogisch, weil sie müsste runterfallen! Ah! Nico! Danke fürs Folgen! Dankeschön! Da freu ich mich! Wenigstens was Schönes! Wenn mich ja mein Sohn schon versucht umzubringen! Hört sich ja krass an! Hab gefurzt! Zum Glück nur in deinem Zimmer! Nein, ich mein nicht in echt! Achso! Meinem Spiel, falls ich nicht gesehen hast! Ne! Bist ja gar nicht hier! Ah doch, da bist du! Oh man! Oh ne! Oh! Oh ja! Will mein Messer nach dir werfen! Will mein dummes Katana nach dir werfen! Ich weiß auch wie das geht, aber du hältst nie still! Boah! Ich hab mich beworfen! Alter! Das hat geklappt! Ich hab dich immer beworfen! Krass! Das hab ich ja noch nie gesehen! Das hab ich noch nie gesehen bei jemandem im Spiel! Ich weiß, weil das brauch... Du brauchst halt... Du brauchst halt... Du hast so ein kleines Vision! Das ist mega schwer damit zu visieren! Ja, außerdem bist es dann los, deine Ulti oder? Ja! Und die killen ja damit immer ganze Teams! Ja, aber ich wollte das jetzt... Weil ich hab ja nur... Also wir kämpfen ja nur gegeneinander! Ey, du hast ja durchgeschossen! Na klar! Nein, ich meine nicht an der Seite vorbei! Ich meine da durch hast du geschossen! Na ja, klar! Ich hab doch Dings drinnen Vollmantel geschossen! Oh, alles klar! Weil dann geht's wohl nicht auf der anderen Seite wegen der... Kann ich dich wieder umbringen hier? Ich ist auch... Ey, ich hab doch eh getrunken! Hahaha! Juhu! Ich muss mich heilen! Ja... Das macht keinen Sinn! Ich hab zuerst auch angefangen zu schießen! Na und? Ich hab's auch beendet! Nee! Hast du gar nicht! Du hast angefangen! Du hast angefangen! Löder! Oh, schade! Oh Mann! Kurz, kurz vor der... Oh! Kurz vor der Serie, Alter! Ey, ey! Hä, wann ist es eine Serie? Ne, wenn es voll ist! Ach das! Ja! Haha! Das ist mir auch einmal passiert! Oh! Tja, Mann! Oh! Toll! Echt toll! Ich forz mal wieder! Geh weg! Oh! Ich hab zugestochen! Zugestochen! Ich hab zugestochen! So ein Geser! Du bist tot, Alter! Ich hab den Netto und ich hab damit zugestochen! Du bist tot! Oh, ey Scheiße! Ich hab nur so einen Punkt Vorsprung, Alter! Scheiße! Komm, Mann! Du bist übers Geländer gefallen! Du bist übers Geländer gefallen, deine Leiche! Echt? Ja! So, ich hol dreimal mit dem Messer aus! Du stirbst jetzt! Du stirbst jetzt! Nein! Nein! Hier, gucke wer da kommt! Gewehrt! Gewehrt! Nein! Ich hab allzu spät E gedrückt! Du musst richtig e-spammen, wenn du diese Scheiße lasst! Oh, Alter! Hoppa! Hoppa! Ja! Gleichstand! Nice! Echt? Ja! Schön! Das kann nicht sein! Doch! Siehst du doch! Du bist doch der Loser! Alle haben's gesehen! Du bist ein Loser! Ja, ich weiß! Hast du grad wirklich gesagt, dass du der Loser war? Du bist ein Loser! Alle haben's gesehen! Mann! Werf die Kranatte! Schnell! Die Wagens! Machst du so? Ich suche dich! Wo bin ich wohl? Ah! Da! Endlich hab ich dich gekillt, Alter! Jo! So ein Sniper-Pisser! So wie weiß reicht das länger! So ein Sniper-Pisser! Wieso nimmt der das Messer in die Hand? Die Munition ist fünf Stunden nicht leer! Ja, ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ah! Ey! Wie der mal an seiner Ecke kämmt, Alter! Die Leute hassen dich dafür! Ja, Alter! Mich nervst! Nervst! Der Piss! Da wird auch mal drauf, Mann! Ja, sag! Ja, ja! Hä? Ja, genau! Lass mich doch in Ruhe, Mann! Das war knapp, Alter! Oh! Wie war's gar nicht! Wie ne fette Papa! Ich gewinn sowieso immer alles! Wie war ich mit ner asozialen Scheißwaffelspieler! Oh! Bald hab ich die Streak voll! Das macht einfach überhaupt keinen Sinn! So gut mit dieser behinderten Waffen bist! Das ist die behindertste Waffe, die ich jemals gesehen habe! Und dann hab ich die Streak voll! Bald hab ich die Stadt voll! Bald hab ich die Stadt voll gemacht! Voll reingekommen! Ja! Drohne bereit! Blutrünstig! jetzt kann eckte auch und ich habe es zu schütteln ist auch vor Ort ich bin Spaß mehr als es so bekloppt er ist einmal nicht so ins Mikro doch ja ja alles macht so viel sinn ich habe keine munition munition ich lüge doch ich musste die knochen wo ist deine knochen also muss du dein gewehr kannst du mich noch mal mit diesen teilen abwerfen kannst du das noch mal beschwören aber töte mich dann nicht was mit was von teil also was ist das denn hier explodiert dieses pilzteil was mich gerade geschockt hat ja wenn wir noch etwas haben kannst du mich damit noch mal abwerfen aber mich bitte nicht töten ja hast du nicht habe ich jetzt nicht dann bring ich dich um dann hinter dir und ich habe rücklässig genommen ich will jetzt nicht her wieso kann ich nicht deine waffen nehmen du kommst zu meiner vorne auch weil du das nicht verdient hast weil du blöd bist jetzt habe ich ein messer alter ja weil ich immer am ende ein messer in die hand nehme wo hast du den her alter ich finde keine waffe und der nimmt dir solche dinge in der hand alter was ist denn das für ein scheiß ah what the fuck da lag da so ein teil ich habe Angst ich weiß nicht welche Seite du kommst da aber doch schön dem Pogel sneaked ich habe es nochmal gefunden ich habe die falsche Waffe guck mal ich kann schießen ich weiß man kann ja mit dem Teilteil ja doch noch schießen aber man kann sich nicht mehr lenken ja das weiß ich ich wusste das nicht das sah mit der kleinen Pistole mega behindert aus ne ach Mist ey ich führe mit neun kills vorne liege ich still wie so ein Scheuerlappen ihr seid auch still habt ihr voll ich will sehen wie da weggeflogen ist oh was denn das schönes ne Pumpgun oh die liegt ja wirklich hier ich hab mich halt fast selber in die Luft geirrt Mann meine Pumpgun Mann ey meine Pumpgun ey ey bist du tot? was hast du geschossen alter wer hat so geleckt nur mit Raketenpfeffer achso bist du hab dich grad gehört hä wie hat dich das nicht umgebracht die Rakete ist hinter deinem Arschloch eingeschlagen hinter deinem Arschloch hinter deinem Arschloch Reggie ist die Titan wie sich die Titan Alter wie sieht das denn aus? hä? wenn ich tot bin du musst mal meine Titan nehmen die sieht übelst komisch aus und die sind auch richtig crazy geh mal zu mir hin und nehm mal meine Titan ne will ich nicht dann ist die Auker weg nein lass mich in Ruhe Junge probier die mal auf was deine Anker ist weg meine Auker das ist die Waffe die ich da hatte ah ok wo kriegst du sie immer her Junge klar find ich die gut wo bist du hast du immer noch die Auker hast du immer noch die Auker ja ich hab dich selbst in die Luft jagt ne ich hab dich gekillt eigentlich der war in die Luft gejagt hm ja überhaupt nicht unfair so dass du irgendwie tausend mal führst nehm ich nicht HA! das kann gar nicht sein wie hast du mich durch den Nebel gesehen ach so bist du schon tot? HA! ich hab deine behinderte Drohne zerstört du deiner Mungo reiß dich am Riemen alter hä? hab mich glaub nicht umgebracht scheiße ich hab dann tausend Raketen durchgewummert und du merkst nicht hm das war zu dämlich von mir hä? mann meine Auker ach so danke die find ich gut Auker Dankeschön Auker heisst die so jetzt hab ich auch mal der Auker getötet äh äh du nichts nutzt meine Auge daugen nichts meine Auge die tanzen im Regenbogen ey komm schon mal nicht von der Seite kommst du vielleicht von der huah ey mann meine Kamera ringt in der Luft wo bist du genau tot? komm ja komm hier uuuuuuuuu weg mich doch ein fetter Sieg alter 52 zu 38 nee wenn du nicht so ne behinderte Scheißwaffe nehmen würdest doch nee Bis zum nächsten Mal.